der hier hatten ich lass die mal in ruhe weil die hat glaube ich sagen für dich die magierin hier vorne eine schlichte robe reise durch den dschungel und ein stab kannst du alte sprachen lesen ich kann gar nicht lesen ich glaube dann ist weichern gleich ja dann sind wir glaube ich hier durch das finden fast mit fehler mit richtig ja ich kann nicht lesen aber schreiben ich gehe schon mal raus warte auf nein 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 ich müsste wahrscheinlich jetzt noch mal den langen rast machen ich weiß nicht ob eine kurze nicht reicht also dann kriegen wir keine zauberplätze wieder aber fertig es gibt zauber und zaubereien zauber fälligkeiten aber tricks genau die die grüße glaube ich immer wieder auswärts ich habe es doch nicht kaputt gemacht haben wir da hoch oder ich war ja also hier ist auf jeden fall irgendwo hin weiter aber es ist nicht erreichbar für mich anscheinend unmöglich ist okay hier ist irgendwann okay wir sollten rasten ja hier ist irgendwas also zumindest eine kurze rast würde ich glaube ich mal das leben machen was jetzt habe ich also ich sag jetzt mal so kann man noch nichts machen vielleicht dauert das weiß es nicht also irgendwas ist hier vorne auf jeden fall irgendwelche komisch dass du irgendwelche leute und achte um seine achte um ist die gefangen aus dem schiff vielleicht können wir die auch einfach spitzbübisch überreden probierend yellow the thing's dangerous leave it for the goblins to kill and if it escapes how will you oh a guest your skull pounds in response to the prisoners white hot stare a lips don't move yet you hear her voice get rid of them also ich kann meinen eigenen boni hinzufügen ach so ist keine person aber das hast du schon ach da kriegen zwei würfel 10 kommt wer dann kommt der beste besseren aber auch nicht schlecht gut zu wissen auf jeden fall wieder das system geht aber ich bin aber auch einfach die täuscher hier so wie sie schön bitte sagen lassen ja alle sind einverstanden ok ich rede auch noch mal mit ihr was jetzt frei lassen ah ne ich frag erst mal erst mal nehme ich den drachen ein pilz mit das ist eine gute idee und hier liegen kurzbogen das ist eine gute idee ich weiß ehrlich gesagt gar nicht wie wir sie da runter kriegen das ist auch eine gute idee wahrscheinlich aber weiß ich auch nicht einfach so die Tadpole hasn't yet scrambled all your senses auspicious but the longer we wait the more it consumes my people possess the cure for this infection i must find a crash you will join me careful she obviously sees your kindness is weakness don't let her take advantage ah it is many things a hatchery a training grounds a shelter get young key protocol is clear when infected with a gate tadpole we must report to a gusto for purification what a pity that i made an offer and you accepted your fantasy is not my bad können sie wieder einsperren wir können sie einfach töten you may as well suggest a wyvern bow to worms the cure i offer will suffice us thanks ganz schön hochnäsig mhm you are full up dismiss your weakest warrior habe ich mic drop ich weiß ja nicht ob wir sie mitnehmen müssen wahrscheinlich werden wir mit ihrem volk interagieren ich bin erst die gesamte restliche story durch und dann hier wege gehen wir links rechts geradeaus links ist glaube ich wieder nur dieses abgeschützte schiff und das muss man nicht gar nicht waren wir schon ja ja hier waren wir schon hast du dann ist ja was das du brauchst ist eine schaufel haben wir einen fallenden schärfer werkzeug weil sie nicht cool wenn du das wüsstest trank das federfalls und gold was ein fein in schärfer set da kann man die komischen fallen hier entschärfen nein schade na gut dann wohl nicht dann bleibt die falle weiter in eine falle so wir können jetzt geradeaus links oder links von rechts kommen wir ja erst mal links also norden ach da ist doch die krippe in der nähe ok und und aber kein goblin das ist ein gnome hund open the gates und er macht es alleine auftrittsheldengruppe kommen noch andere oder ich hoffe das ist ein cooler du ja warum bist du eigentlich mal zu keine ahnung heute noch mal nachfragen ok schön ins gesicht schön in die fressel kümmert euch doch erstmal um die anderen also wie schon zuvor bin ich eigentlich komplett nutzlos warum kletter ich da jetzt hoch verstehe zwei zaubereipunkte ach scheiße was ist kann ich das der zwingen muss ich mich ausziehen was auch wegen der rüstung oder was möglich ich kann keine rüstung anziehen na gut ich kämpfe so kein problem ja ich kann ich bin einfach dumm wegen dem leder aber kannst du nichts machen ich kann manche sachen mit rüstung einfach nicht benutzen also im grunde alles na gut weiß man das jetzt auch ja das horn geblasen oh hier lause horn ok jetzt geht es noch nicht richtig ab ich kann nämlich nichts machen die schießt erstmal direkt one hit läuft als geht's ab ins getümmel so das problem ist sie kann halt immer noch nichts machen ich habe aber auch keine zauberplätze mehr also ich kann auch nicht so wirklich was machen ich müsste aber eigentlich welche haben ich habe zwei zaubereipunkte ich weiß nicht was du mit zaubereipunkten meinst achso ich bin auch noch gar nicht dran das macht es wahrscheinlich sinnvoll dass ich auch noch nichts machen kann ich bin auch ein zu vergiftet bock ist das so erstmal was anziehen ist frisch hier also nicht so der sieben leben kann 1 bis 8 schaden machen ich möchte gerne das machen ok er ist nicht gestorben naja gut aber hab was gemacht am i hin am i hin also die stufe hat man ja auch noch hoch gehen können nein ach da ist der goblin boss ok ja man muss mal gucken ob man bei altimietränke brauchen kann und dann heiltränke machen ganz viele so drei stück ganz viele drei stück oh wow wow in deiner fresse ja kann ich mal laufen gut ich glaube mein heilen ist fehlgeschlagen oder so ja der hat mich gehalten ne der hat mich gehalten ja wenn man richtig gut dämpft gegen gehen also ja schon level 3 und wir nicht oder das so ja jetzt ja ja naja besser ist nichts ich glaube jetzt kommt er mich an oder ist so schwer zum stoßen schade eigentlich wäre das eher was für dich kannst deine waffe mit gift überziehen nice erst mal wieder was an prioritäten späher morgenstern aus dem morgenstern hier ist ein schild drin ich weiß nicht was sie jetzt hat ihr habt jetzt ein schild wäre auch rüstungsklasse 2 weiß nicht ob der besser ist